Ich weiß nicht, aber ich glaub sein Thame ist schon lange fertig. Wenn wir die nicht angreifen dürfen, dürfen die uns wiederhauen. Ja, ausladen. Die letzten Minuten sind voll Nutzen. Ich überlege die ganze Zeit. Wie häßt der Schweinesoldat bei Jabba, wo die Tür aufmacht? Äh... Jombola. Ich glaub du hast grad einfach aus dem Raum gesagt, oder? Ja... Hast du kurz geglaubt, oder? Ganz kurz hab ich an dich geglaubt, ja. Aber dann dachte ich wieder, ah, es ist zu dem Punkt. Moment. Und dann die Standard-Sigentor schon. Jombola. Jombola. Ja? Reregelt. Oh, Molte. Wurden Karotte A gesetzt, Zitrone und... Oh, jetzt lade ich mein Mammut aus, ne? Oh, Elka am Start. Komm ich jetzt wieder nicht ran, ne? Ich raushau. The brain. Ja, Mann, und diese Lumi. Ey, egal, ist das Mammut eigentlich nicht mehr skillen? Das hat doch mal gemacht. Äh, mach ich gleich. Und ich... Du kannst weiter, glaub ich. Mann, ich steck. Die Rückwärtsgang. Wiuuuu. Vier Level-Up, das Gewicht, oder? Ja. Wir müssen gucken, fünf Minuten vor Schluss müssen wir zurück. Das brauchen wir, um auszuladen in die Fortress. Dann komm doch jetzt zurück, dann ist Chili da. Ja, komm. Das schaffen wir. Zehn Minuten noch. Ja, das passt auch. Du musst so viel Mammut ausladen. Da haben wir noch knapp... Äh, ich... Da haben wir bestimmt nochmal... 50, 60.000 Holz mehr, irgendwie. So heute. Du weißt, dass wir knapp... 150.000 Spuck oder haben. Darauf warten, verarbeitet zu werden. Shadow muss Pell für Auslade, wenn die kommen. Was? Elka kommt schon zurück. Elka kommt mit Mammut auslade. Soll in die Forge, Hansixxer. Mach aber schnell noch zu Schweinesattel. Auf alle vier aufteilen, ne? Mach erstmal, dass ich die Mautrodon dir will für den Rex. Jo. Fähchen, mach noch einmal in deinen Mammut und dann... Klar, lauf weiter. Shadow muss Platz haben, wenn er rauskommt. Lauf weiter, hau... Ich wollte erstmal die Tür zumachen. Elka, denk immer dran, es kommt noch ein Mammut und noch... Äh, noch das... Weg von der Tür, der muss raus! Ja. Achso. Alter. So gut? Ja. Ich will gar nicht wissen, wie viel Holz wir jetzt mal eben so gefarmt haben. 200.000 rum. Äh, in Mammut... In meinem Mammut ist eine Menge. Ja, jedes Mal Terry leer machen 20.000. Wie viele Forges haben wir denn mittlerweile? Vier. Vier. Holz läuft nicht schnell genug durch sonst. Soll ich zurück? Ja, ja, mach zurück. Ich farm nach Terry voll. Ja. Irgendwie verpasst du den Giga hier nicht. Ich steh am Giga, ich geh nicht weg. Okay. Ich sag mal so, ne. Wenn wir... Ähm... In den Tore jetzt 500 bis 600 Schuss haben, statt nur 400, dann lohnt sich... Äh, dann lohnt sich die 4 Super Forges. Boah, ich glaub ich setz mich gleich noch mal ganz kurz aufm... An Kühler. Hier ist noch Metall. Jetzt fahr mich noch ab. Das schaffst du nämlich. Doch, ein bisschen schaff ich noch. Sag mir ne Minute vor Schluss Bescheid. Dann hock dich drauf, die andere laden weiter aus. Ja. Warte ich vor. Ja, nicht durch. Alter. Da hab ich mich zu der Lust rausgeboxt. Wir brauchen ganz viele Drodos überall. Ja, Tame Doom Mode Drodons. Achso, Mikroraptor. Ja, Mikroraptor, die einen so... Du brauchst Blume zum Tame. Die sind so OP, wenn du die einfach um die Base so machst. Ne, du musst die auf die Schulterhahn auf aggressiv und dann auf die Gegner werfen. So, dafür sind sie. Dann holst du vom Mount runter und erst gestunt. Ja, das... Das ist dann der Rocket Schuss. Impy, ich farm... Ich hol dir 5000 Blumen, wenn du willst, nächste Session. Ja, mach. Und dann... Ja, wir müssen allgemein nur wieder... Ordentlich Tame. Ja. Nächste Session mindestens vier Leute, die sich drauf konzentrieren zu zählen. Ich würd echt sagen, wir gehen zu viert in die Wüste und holen endlich Türkuleos. Wir hätten Hyde-Kenne 105 Fletcher haben. Äh, 140. Äh, ja, wir brauchen halt Rechse auch. Dringend. High Level. Ja, Nessos braucht einfach nur Internet, der macht Rechse. Ja. Ila, bitte. Dann geht doch beim nächsten Mal tatsächlich zu viert in die... in die Wüste dabei... Das sind die A-Wrechse. Ja, ich würde den Keratin mitnehmen und Tiere und... Ja, Sabas Terabrains Baumkatzen. Das größte Problem ist... Das größte Problem ist... Ich hab mir die Ohren im Auge, dass du mich... Das bekommst. Auch wenn wir da zu viel sind... Ja, komplett wird nicht sagen... Mindestens drei Leute Base. Die Leute da, äh... Sind fett. Also, äh... Die kommen immer mit diesen Thylakuleos... Und Komponbogen... Und wenn wir da mit Lothieren hingehen... Wären wir da zerfetzt. Ich glaub, was ist jetzt los? Ja, ihr müsst mich füttern, hab ich doch gesagt. Aber niemand will mich füttern, ich hab schon Klauenbruch. Du bist ein Baby. Aha. Vielleicht bitte. Das Baby braucht ihr Leben. Danke. Oh, endlich wieder Leben. Das wollte ich. Ente wollte mich töten. Schlechter Babysitter. Ne, wir brauchen auf jeden Fall noch... Nächstes Session ordentlich Silesia Pulse. Wahrscheinlich mindestens mal zwei Leute, die wirklich sich um Silesia Pulse gemacht. Weil wir haben im Moment Metall, wir haben Polymer, wir haben Cement. Ja, ich kann diese Dings zum Fühle versuchen. Ja, ich hab Schlack und keine... Bist du denn beim nächsten Mal pünktlich da? Natürlich! Sonntag! So, hast du letztes Mal auch gesagt. Ah ja, und einer steht nächste Session. Wahrscheinlich sowieso die ganze Session bei der Base. Und wir müssen Farben legen. 3 und 6i und so weiter und so weiter. Oh, wer will den Giga imprinten? Impy. Ich hab beim letzten Wade da einen Giga gehabt. Also wär schon nice, wenn ich ne Gry... Wie hieß denn früher euer Giga? Ja, Impy krieg den ersten und dann... Äh, Big Boss. Big Boss. Nein, den nur... Ah, der Anna! Ich guck, ich guck die Folge. Wir können dann in der nächsten... Ne, der hat einfach nur Giga-Cass. Ja, wir können in der nächsten Sonntags-Session schon die nächsten machen. Der, äh, äh, im, in das Schuhkarton-Base. Achso, ich hab gedacht, Valhalla? Da hieß der 150er, äh, Big Boss. Impy, weißt du was das Praktische ist? Wir brauchen kein, äh, Giga eigentlich mehr 10, weil der High-Level ist männlich. Von daher, wenn wir ein weibliches Ei rauskriegen, dann kommt das Level von alleine weiter nach oben. Ja, es wär halt einfacher, wenn wir dann noch eins finden, ne? Ach klar. Geht dann schneller einfach, ne? Ja. Wie sieht denn die Schweinezucht aus? Haben wir da was Gescheites? Hm, ein Teil, also das neue hier, das, äh, rote hier, das hat, glaub ich, 7000 Lebensstart oder so. Ja, 6100. Also da ist er 101, 50er. Weiblich. Ja, vom Level sind die alle nicht so glücklich. 209 weiblich und 103 männlich. Dann kann man daraus anfangen. Das rote Mammut ist immer voll. 202, 40er, männlich. Ich weiß halt nicht, was die Startlevel waren. Eine Katze, Katze ist scheißdreck. Nur Annie ist dabei, wo gut. Wir können auf jeden Fall, äh, wir können auf jeden Fall bald mit, äh, Schweinen tanken. Die Wölfe müssen wir tame. Ach. Paare. Ja, dein guter, ne? Ja, das ist, äh, geprägter. Dann wird's ja immer schlimmer. Oh, ich will die Ressource polgern wieder. Und das wär angenehm. Und nochmal weg. Cool. Shadow, noch vier Minuten. Ach. Molte, noch vier Minuten. Ciao, ciao, Andrew. Ja. Ciao, Andy. Ayo, zu denen, ich schaff das nicht mehr, ne? Der Werk ist gleich leer. Alter, steht nur da und du musst jetzt noch ausladen. Ich baue noch die Seer ab, was ich hier habe und dann komme ich auch zurück mit Angrube und den auch noch ausladen. Das ist halt so praktisch hier oben. Wir haben ja extrem viel Metall und wir haben ja endlich Kristall direkt bei uns. Ja, ich... Wir haben ja einfach an der Wüste auch gerippt sind, weil wir Kristall holen müssen. Ja, ich... Ist einfach ein sehr guter Spot. Ja. Mammut leer. Ja, ich würde auch fast sagen, dass wir wirklich Base nächste Session erst fertig machen mit Turtles, wenn wir genug buffen können. Ja, deswegen... Also, wir brauchen nur diese... Fettrauts. 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 Moin, wir wollen ausladen. Hopp, hopp. Ist noch ein Kristall. Zwei Minuten. Ah, das schaffe ich. Da verläuft sowieso mindestens zwei Minuten. Nein, du, du, du darfst schon nicht gehen. Komm. Wir gehen wieder alle oben in den Saferaum. Hopp, alles in die Base. Zack, zack, rein. Danke. Die mittlere Tür kannst du auch wieder zumachen dann. Ich schaue mal auf schon nach rechts. Bevorzugt dann durch die... durch den Schmelzraum. Ich glaube, Impi hat sich bedroht gefühlt. Impi, das war unfair. Ich konnte mich nicht wehren. Wir können auch schnell Anküter ausladen. Ist da, ne? Äh, wo ist mein Beutel? Und Impi, wir haben was geschafft. Wir haben so viel Spark Powder. Ja. Je nach der Leite noch beutelt. Nein, in die Base. 23 Uhr, zack, zack. Malte. Machst du Tür zu machst du Tür zu? Ja. Ich habe die Armbrust noch. Egal, gibts nachher oder keine Ahnung. irgendwann ja geht geht vor ich gehe heute unterlass ja ich hab keine die schießt mich ab simon rüstung noch wer hier auf der hoppe hallo war gut welchen das arbeitet aus leute es war noch k-safe world dass ihr helm aber auch nicht kaputt ist ich glaub es ja nicht dass ihr helm nicht kaputt ist er hat aber nicht mehr warum ist hier oben eigentlich kein tisch und stühle wir können sich so schön hier hinsetzen als die session vorbei ist ich möchte das nächste rund impi alle dann fiegen die bis den granaten aber erst recht nein der tisch wird nicht kaputt gemacht nein ich werfe gegen die decke er wurde kaputt macht der kann ne nai bau ist mir egal ob er geskillt hat oder nicht impi du weißt ne sonntag keine session ach echt steht es nicht gerade im chat ja vielleicht siehst du es nicht ich hab dich alle weichen abgeschossen durch die heddy oh nein hat das kann das kann auch an der anderen wenn er sich zündet botäubt sie mit. Macht euch alle breit. Dumme Ilga, ich kann ziehe. Und fertig. Na? Ich kann die so oft zünden wie ich will, das passiert nicht. MP, du bist umzingelt. Ja, schön. Tja, inzwischen haus. Ich will keine Gewalt anwenden. Wer war's? Tja, ich hab aber dich mit Bola gesehen. Tja, ich hab aber dich mit Bola gesehen. Tja, genau. Es war K-Safe World, was macht... Ach Gott, ne. Ach, Bola's passen ja wirklich. Irgendwie auch wenn es Safe World ist, du weißt, ne, auch wenn es Safe World ist, heißt das nicht, dass es wirklich Safe World ist. Betäubt, betäubt, betäubt. Ich hab ihn betäubt. Ich bin auch betäubt. Ich bin nicht betäubt. Ich bin nicht betäubt. Ich bin der King. Oh, Impi, noch ein Safe World. Ich hab euch alle betäubt, außer ich. Ich bin der King. Wir hätten Impi wegschießen sollen, bevor er uns betäuben konnte. Bin ich grad aus der Base rausgefloh? Ich zieh die weiße Flagge auf dem Dach. Ich hab dich weggezogen. Zimo, Zimo, Zimo Feche und am Grindr raus. Irgendwie dein Körper rastet grad richtig aus. Ja lass los, ich bin wieder in der Base. Zieh Feche aus dem Grindr. Feche... Hier ist Shadow, hier ist Feche. Zies am Grindr. Zieh sie trotzdem ein Stück weg. Ups. Kann man nicht. Ja, nein. Voll grad, geh ich gar nach Bolan. Hau mal Tee. Hau mal Tee. Hau mal Tee. Hau mal Tee. Du stehst bei mir beim Grindr, ne? Ich bring grad meinen Knüppel an dir und hau dich. Ja. Und meinen Server weg. Wo stand ich eigentlich? Ja, Impi ist durch mir... Bei mir durch die ganze Welt gepackt. Ja, Impi ist Hacker, wusstest du nicht? Ja ich kann mich nicht für die ganze Welt essen, das ist wie immer. Also gibt es nicht nur bei mir, Aber es ist ja auch ein Spiel. Weil ich mich so lebe, auch einfach mal... Aber es war dabei. Und da ist es ja auch... Und da ist es ja auch... Glocke... Und die Zeit, Untertitelung des ZDF, 2020